Ich wollte Ubisoft wirklich in Schutz nehmen, bei den ganzen Anschuldigungen, die sie haben, aber jetzt reicht es sogar mir mal endgültig. Und damit willkommen zurück zu einem weiteren Video auf dem Kanal GameAlchemist. Im Hintergrund habe ich btw. einige Trailer von Ubisoft-Spielen eingespielt oder vielleicht auch selber Gameplay von anderen Games, damit ihr Bescheid wisst. In den letzten Wochen und Monaten, wenn nicht sogar Jahre, musste sich Ubisoft wirklich viel anhören und vieles davon auch zurecht. Seien es einfach gesagt nur die Spiele, die nichts Besonderes mehr sind, bis auf das neue Prince of Persia, das war klasse. Oder die Assassin's Creed Shadows-Debatte mit dem schwarzen Samurai. Bei Ubisoft brennt es momentan in allen Ecken und Kanten und ich persönlich habe bis dahin noch keinen Grund wirklich so gesehen, dass diese Firma untergehen wird. Um ehrlich zu sein, mag ich viele der Ubisoft-Spiele sogar, aber das ist auch schon eine Weile her. Das letzte Assassin's Creed mit dem Folgenamen Mirage war für mich ein gutes Spiel und ich habe es sogar platiniert, ebenso wie halt Prince of Persia. Das sind aber Ausnahmen und der Großteil wie ein Skull & Bones oder Star Wars Outlaws, um Gottes Willen, sind halt Rotze und kann man einfach in die Tonne kloppen. Bis hierhin habe ich noch wirklich gedacht, okay, Ubisoft muss übernommen und umstrukturiert werden, damit sich wirklich was ändert. Ja, und dann kam eine Meldung, die ich so nicht erwartet hätte und meine Meinung hat sich, ja, komplett geändert. Bevor wir jetzt aber richtig reingehen, würde ich mich noch über ein kostenloses Abo freuen, plus Aktivung der Glocke, damit ihr auch kein Video mehr verpasst. Einen Daumen nach oben oder unten geben, je nachdem wie es euch gefallen hat und für den krassen Support auch gerne einen Kommentar verfassen, was eure Meinung hierzu ist. Wer den Maximalsupport rausfahren möchte, also den Giga-Support, der kann sehr gerne auch eine Mitgliedschaft ab einem einzigen Euro dalassen und so viele weitere Streamletsplays anschauen, die ihr sonst nicht schauen könntet, ist aber halt auch kein Muss, ne? Ich bin dankbar für jede Art von Support. Nun geht's los mit dem Rant. Von welcher Meldung ist jetzt denn die Rede, fragt ihr euch sicherlich. Naja, Ubisoft hat ja ihr Assassin's Creed auf Februar verschoben und ja, somit hat kein Spiel mehr dieses Jahr. Stimmt's? Nicht ganz, denn die großen Visionäre und Intelligenzallergiker der Firma haben sich gedacht, wie wäre es, wenn wir unsere Firma komplett an die Wand fahren, Leute, und ein Free-to-Start-Spiel heimlich veröffentlichen, in dem man über 60.000 Euro NFTs kaufen kann. Wäre doch der perfekte Sargnagel, oder? Ja, außerdem brauchen wir noch Kohle wegen unserer Fail-Games dieses Jahr, also Sky and Bones und Star Wars. Ja, genau, Ubisoft mal hat mit dem Spiel Champions Tactics ihr erstes und hoffentlich letztes NFT-Game nun offiziell rausgebracht. Und ja, by the way, sehr einfallsreicher Name, Champion Tactics, ja, wenn man gerade dabei ist, vielleicht die erste Blaupause des ersten eigenen Spiels fertigzustellen. Ihr fragt euch gerade bestimmt auch, was zur Hölle ist eigentlich ein Free-to-Start-Game? Was soll das sein? Ich erkläre das mal eben. Da draußen in der weiten und hässlichen Welt gibt es PCs und Konsolen und die startet man gewöhnlich, damit man zocken kann. Ist ja simpel. Bei diesem neuen Ubisoft Original Meisterwerk dürft ihr tatsächlich ohne Geld euer System starten, um dieses Schmuckstück der Unterhaltungskunst zu installieren und zu spielen. Und das war's auch schon. Man kann das Spiel zwar starten, muss aber recht schnell echtes Geld ausgeben, weil man sonst nicht wirklich zocken kann. Also, keine Ahnung, wie ihr das seht, aber in meiner Welt nennt man sowas halt Pay-to-Win. Aber was weiß ich schon, nennen wir solche dreckigen und absolut widerwärtigen Games doch einfach kackendreist. Free-to-Start. Das klingt dann für die ganzen hirnlosen Wahlen da draußen, die eh zu viel Kohle haben, nicht ganz so schlimm. Bevor wir aber weiter ranten, was kann man in diesem Spiel eigentlich so machen? Man kauft sich Helden mit echtem Geld. Sein ist, welche von 8 Euro bis zu der tollsten Figur, 63.523 Euro. Das ist kein Scherz. Ich meine, ja klar, also, natürlich ist das kein Scherz, das ist Ubisoft. Alter, meine Fresse, ey, wie viel Döner ich mir davon kaufen könnte, ne? Der Wahnsinn. Ja, und was macht man dann mit den Figuren? Die kämpfen dann gegeneinander und die bessere gewinnt dann. Ja, super Konzept. Ist auch gar nicht irgendwie altbacken oder so und komplett innovativ. Animationen haben sie sich wohl auch gespart, da es alles eine Tabletop-Optik hat. Und nein, ich werde dir kein Gameplay von diesem Kackspiel zeigen. Ihr müsst mir das jetzt einfach mal glauben. Ihr könnt es auch sehr gerne nachlesen. Also, die wollen halt auch mit dem geringsten Aufwand überhaupt das maximalste Herausholen durch ihren NFT-Wahn. Ist doch super. Ist doch... Ich verstehe gar nicht das Problem. Aber ey, bei der ganzen Kritik, ja. Man kann ja bestimmt auch mit einer 8-Euro-Figur eine Chance haben zu gewinnen, oder? Nee. Nein, ganz sicherlich nicht. Ihr habt da keine Chance. Denn je teurer eure Figur ist, wer hätte es gedacht, desto stärker ist sie auch. Clap, Ubisoft. Puh, da muss ich direkt mal investieren, damit ich mit einer 60.000-Euro-Figur eine 8-Euro-Figur ficken kann. Ist der besser als ein VR-Profil bei Ubischrott? Nice. Aber jetzt mal Spaß beiseite. Was bringt es denn Ubisoft eigentlich und wie denken sie über ihre NFT-Scheiße, die sie da abziehen wie ein Panini-Sticker? Ich zitiere mal ganz kurz. Das Team bei Ubisoft Paris, das Champions Tactics Grimoria Chronicles entwickelte, hat sich mit dem Strategic Innovation Lab von Ubisoft und Oasis zusammengetan, und nein, ich meine nicht die Band, um sicherzustellen, dass unser Einsatz von Blockchain dazu dient, unseren Spielern neue und innovative Spielerfahrungen zu bieten. Das haben die wirklich gesagt. Das ist deren kompletter Ernst. Aber ich übersetze euch das auch mal in unserer gehobenen und modernen Sprache. Die Idioten in unserem Möchtegern-Team bei Ubisoft Paris, das unser Game entwickelte, dessen Namen so dämlich und generisch ist, dass es selbst hier keinen juckt und wir immer wieder vergessen, hat sich mit dem Generic Exnovation Van von Ubisoft und einer No-Name-Firma zusammengetan, um alles daran zu setzen, Fantasie zu machen und dabei auch die Schere zu heben. Denn wir wollen euch euer Geld aus der Tasche ziehen und euch eine Spielerfahrung bieten, die ihr selbst aus einem Happy Me-Spielzweck von Meckles besser erleben könnt. Nebenbei wollen wir euch auch pleite machen, ihr dummen, dreckigen, väterlosen Hut. So, jetzt aber mal Realtalk ohne Skript von meiner Seite aus und dazu stehe ich sogar mal auf, denn ich rede mich gleich, glaube ich, in Rage. Was ist aus dem Ubisoft geworden, das uns damals Rayman gebracht hat? Oder das erste Assassin's Creed? Das erste coole Prince of Persia? Die Sands of Time-Reihe? Was ist aus diesem Ubisoft geworden? Wo ist dieses Ubisoft hin? Es ist schon seit Jahren weg, ich weiß. Aber jetzt mal ganz ehrlich, NFTs sind seit 2021 gar kein Thema mehr. Das ist durchgefallen. Die Scheiße braucht kein Mensch. Wer da wirklich investiert hat, hat sowieso den Glauben, also wirklich, der ist so sturzdumm und sollte wirklich, keine Ahnung, in Therapie gehen, wer so eine Scheiße kauft. Und jetzt will Ubisoft mit einem fucking Spiel, mit einem kompletten NFT-Game in den Markt gehen und erwartet, dass man die ganze Kohle, die sie für fucking Skull & Boats rausgehauen haben, für Star Wars fucking Shit Outlaws, wollen die dann die ganze Kohle wieder reinbringen oder was? Was ist deren Intention mit diesem NFT-Scheiß? Was soll das? Ich bin wirklich kurz davor, also ganz ehrlich, passt auf, ich hab Assassin's Creed, wie heißt es, Shadows genau, ich hab wirklich eigentlich Bock drauf gehabt. Sei egal, ob wegen dieser Kontroverse mit dem schwarzen Samurai und so weiter, das juckt mich alles gar nicht. Ich will einfach nur Games zocken. Aber wenn ich jetzt Assassin's Creed Shadows kaufen würde und spielen würde, würde ich automatisch auch damit diese NFT-Scheiße irgendwie mitfinanzieren, was die da abziehen. Ganz ehrlich, das ist jetzt nur meine Meinung, natürlich ist alles nur meine Meinung, obwohl, wer wirklich denkt, dass das NFT-Spiel eine gute Idee ist von Ubisoft, bitte, löscht euch, ja, das ist keine gute Idee, das brauchen wir Gamer nicht. Wir Gamer brauchen einfach mal gute Spiele und Ubisoft hat auch mal gute Spiele gemacht. Ey, dieses Jahr kam dieses Prince of Persia-Spiel raus, ich hab das jetzt schon dreimal erwähnt, aber das war ein gutes Spiel. Es hat Spaß gemacht, es war, ähm, wie soll ich sagen, es war einfach mal was anderes, es war kein Open-World-Dreck, wie sonst. Und, ja, was soll ich euch noch sagen? Ubisoft ist einfach am Abgrund. Die waren schon vor ein paar Monaten am Abgrund und mit dieser Scheiße ist, ganz ehrlich, sind sie für mich komplett gestorben. Ich hab darauf gar keinen Bock mehr auf diese ganze Kacke. Und ja, ich weiß, ich hab das bei Activision damals auch gesagt, das ist zwar jetzt auch schon Jahre her, ich glaub zu Black Ops 3 oder 4, ne, Black Ops 4 Zeit war das mit Blackout, ähm, da hab ich auch gesagt, dass ich Activision nicht mehr unterstütze. Ja, und dann kam Crash Bandicoot 4 raus und ich hab's gekauft und, weil ich halt Crash Bandicoot-Fan bin. Und dafür kann ich halt auch nichts. Ich widerspreche mich auch, jeder Mensch widerspricht sich mal. Jeder Mensch ist ein bisschen doppelmoralisch mal unterwegs. Aber ganz ehrlich, wenn sich das nicht ändert bei Ubisoft, wenn sie nicht umstrukturiert werden, wenn der Chef nicht irgendwie geändert wird, wenn sie nicht aufgekauft werden, wenn die ganze Firma sich nicht vielleicht sogar umbenennt, dann hab ich da echt gar keinen Bock mehr drauf, diese ganze Scheiße. Also wirklich, diese NFT-Wahn hat schon mit, ähm, Ghost Recon Breakpoint, glaub ich, angefangen. Aber jetzt ein eigenes Game daraus zu machen, ist wirklich unterste Schublade. Ich hoffe, dass diese Firma pleite geht oder komplett, äh, neu umstrukturiert wird. Ich hoffe nicht, dass die Entwickler bei Ubisoft, die wirklich noch vielleicht einfach normale Spiele machen wollen, dass die da drunter leiden. Ich möchte einfach nur, dass die ganze Firma einen kompletten, wie nennt man das, einen kompletten, kompletten Neuanfang bekommt. Ich weiß nicht, was ich sonst dazu sagen kann. Ich hoffe, dass Ubisoft sich einfach löscht.